eigentlich dachten die meisten mitglieder dieser familie sie hätten eine gute glückliche familien konstellation aber das sahen nicht alle so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen true crime time story und heute sind wir mal wieder in amerika wir sind in den usa genauer gesagt in springfield mussuri und es ist der april im jahr 2012 hier lebt die familie staudi das sind die eltern diane und mark und das sind ihre kinder brenner sie ist elf rachel 22 24 und schon 26 mutter diane ist krankenschwester sie ist schon lange und gut in ihrem job aber sie trägt damit die hauptlast der familie und zwar die finanzielle hauptlast denn ihr mann mark ist hausmann er ist musiker er spielt in einer band und ja ab und an mal bringt er als barkeeper ein paar dollars mit nach hause aber die fallen wohl nicht so richtig ins gewicht die familie lebt nicht gerade luxuriös sie haben ein kleines eigenes häuschen weiß nicht viel platz aber es scheint nach außen hin ein ziemlich enger familienverbund zu sein und ich glaube die meisten mitglieder der familie sehen das ähnlich die familie wirkt nach außen hin sehr normal alle sind sehr freundlich mutter diane ist sehr engagiert in der örtlichen kirche sie spielt dort sogar an der orgel ehrenamtlich und mark spielt abends mit seiner band zu verschiedenen anlässen in der stadt es läuft ziemlich gut und eigentlich in letzter zeit besonders gut denn die band konnte mehrere auftritte bezahlte auftritte erhaschen und so kam auch hier wohl ein bisschen geld rein ich weiß nicht wie viel aber wohl mehr als vorher kurz vor ostern jedoch bemerken die band kollegen von mark dass mit ihm irgendwas nicht richtig stimmt er wirkt krank er wirkt nicht wirklich anwesen und zwar geistig also er wirkt nicht betrunken oder so aber irgendwie steht der ein bisschen neben sich und einer der band kollegen sagt nachher hatte so eine furchtbar gelbe hautfarbe mark ist also offensichtlich krank seine band kollegen machen sich sorgen um ihn aber niemand denkt was wirklich schlimmes doch als diane am ostermontag von der kirche heimkommt findet sie ihren mann tot im bett sie ruft natürlich einen krankenwagen die leiche wird abtransportiert und diane sagt eben aus dass es mag ja schon seit ein paar tagen nicht wirklich gut gegangen ist dass er erkältungssymptome hatte dass er sich aber strikt geweigert hatte einen arzt aufzusuchen später zählt sie auch diverse vorerkrankungen auf sie sagt mark hätte probleme gehabt mit der leber er hätte da eine erkrankung gehabt er hätte diabetes gehabt und sie wird später sagen er ist an einem herzinfarkt gestorben was genau als als todesursache im totenschein steht weiß ich nicht aber es ist so viel ist klar es ist sein tod als natürlich eingetragen das heißt der gerichtsmediziner kam zu einer natürlichen todesursache wobei ich denke es ist gar keine autopsie gemacht worden sondern es gab nur eine oberflächliche untersuchung kurz darauf wird mark auch eingeäschert es gibt eine kleine begräbnis feier und dann wird er begraben das natürlich schrecklich für die familie den vater so zu verlieren es hat aber auch so ein kleines gutes denn es gibt eine lebensversicherung die ist jetzt nicht wahnsinnig hoch die liegt bei 20.000 dollar die verhilft der jenner war dazu das alte haus zu verkaufen und mit den kindern in ein neueres haus umzuziehen das ein bisschen größer ist wir springen jetzt ein bisschen vorwärts und zwar in den september des gleichen jahres also 2012 die familie hat sich in dem neuen haus einigermaßen eingelebt und den verlust des vaters langsam überwunden da parkt vor dem haus der staut ist erneut ein leichenwagen sohn ist tot den gibt an dass er in den wochen vor seinem tod immer wieder krampfanfälle hatte man muss dazu sagen schon war autist er hatte wohl auch manchmal leichte anfälle und sie sagt dem aus die haben sich in letzter zeit vermehrt verschlechtert verschlimmert es ist zwar nicht wirklich häufig dass jemand an sowas stirbt aber es kann eben vorkommen außerdem sagt sie dass auch schon vor seinem tod grippeähnliche symptome hatte es ist übrigens die älteste schwester sehr die ihren bruder schon findet er liegt vor dem bett auf dem boden und erlebt nicht mehr auch er hat blut rund um den mund aber niemand schöpft verdacht es ist vielleicht auch gar nicht klar dass da eine parallele besteht es wird eine autopsie gemacht der gerichtsmediziner kommt zu dem schluss dass auch chance tod auf eine natürliche ursache zurückgeht und dass es eben auf seine bisherige krankheitsgeschichte als autist zurückzuführen ist auch der sohn der familie wird eingeäschert und begraben für mark gab es noch ein begräbnis mit trauer feier schon wird still und leise ohne begräbnis und ohne feier beerdigt nun das allein wäre schon eine furchtbare geschichte so knapp hintereinander zwei geliebte zwei sehr enge familienmitglieder zu verlieren die ganze gemeinde alle freunde bekannten fühlen wirklich mit mit der familie doch dabei bleibt es nicht wir springen noch einmal ein stück in der zeit nach vorne und zwar zum juni 2013 nun ist tochter sarah krank sie zeigt sehr ähnliche symptome wie ihr vater und auch ihr bruder sie hatten doch diesmal ruft da jen schließlich einen krankenwagen anscheinend hat sie ja doch aus den letzten beiden vorfällen etwas gelernt sollte man meinen und sarah geht es wirklich schlecht ihre organe versagen und die ärzte haben keine ahnung was los ist und was ihr wirklich fehlt aber es wird ziemlich schnell klar die ärzte geben ihr so gut wie gar keine überlebenschance bittet sogar auf facebook für gebete um ihre tochter sie fordert alle gemeindemitglieder auch aus der kirchengemeinde auch für sie zu beten aber das pech der familie das macht auch einige menschen misstrauisch immerhin ist jetzt schon die dritte person aus der aller engsten grundfamilie schwer krank und es sieht so aus als würde sie nicht überleben und so geht bei der polizei ein tipp ein dass es sich um einen giftanschlag handeln könnte und der anrufer sagt auch dass er meint da jen wäre dafür verantwortlich daraufhin kommen ermittlungen ins laufen die sache wird genauer untersucht und nun fällt es auf dass eben schon zwei familienmitglieder mit ähnlichen symptomen verstorben sind und dass eben sarah jetzt auch die gleichen symptome hat der ermittelnde beamte fährt auch ins krankenhaus und spricht mit dem behandelnden arzt und auch der hat schon eine leise vermutung dass es sich um eine vergiftung handeln könnte daraufhin lädt die polizei der jen aufs revier ein zu einer befragung beziehungsweise zu einem verhör und sehr schnell fällt ihr seltsames verhalten auf sie scheint irgendwie kein bisschen versorgt zu sein sie macht sogar witze über den zustand ihrer tochter sie lacht sie kichert sie wirkt irgendwie fast schon vergnügt belustigt amüsiert ist das ein stress symptom auf nachfrage erzählt da jen dann natürlich auch von mark und schon da gibt sie eben an dass ihr mann an einem herzinfarkt gestorben ist und dass auch ihr sohn eben gesundheitliche probleme hat und im rahmen eines krampfanfalles dann zu atmen aufgehört hat der polizist in dem interview der fragt immer wieder nach der hakt auch genauer nach auch ihnen kommt das verhalten von der jen natürlich irgendwie seltsam vor und als er da so nachfragt eigentlich jetzt ohne großen grund scheint der jen plötzlich die kraft zu verlassen sie bricht fast schon zusammen es ist irgendwie es sieht so aus als würde ihre ganze energie aus ihr raus weichen und erst bestreitet sie dann zwar noch mit sarahs zustand was zu tun zu haben sie sagt dann zwar ja gut vielleicht hätte ich den krankenwagen früher rufen können aber das ist ja jetzt auch nicht wirklich was was man ihr grundsätzlich vorwerfen könnte als der polizist jetzt aber ein bisschen verwirrt auch nachhakt und auch natürlich sie in die richtung leiten möchte für ihn ist jetzt relativ klar dass sie doch was damit zu tun hat dann gibt sie plötzlich zu dass sie gewusst hat dass mark und schon antifreeze also ein frostschutzmittel getrunken haben aber sie war einfach so fertig und sie hatte irgendwie keine kraft sich damit auseinanderzusetzen der polizist hat danach und sagt sie wussten dass sie frostschutzmittel getrunken haben weil sie es ihnen gegeben haben und letztendlich bejaht sie das und sie gibt zu dass sie das ins cola gemischt hat dieses mittel beziehungsweise beim mark ins gatorade und dass das eben relativ geschmacksneutral ist und keiner hat sie bemerkt und so hat sie die langsam vergiftet okay also haben wir hier eine frau und mutter die ihren mann vergiftet hat die ihren sohn vergiftet hat und dies auch bei ihrer tochter versucht hat und wie es in dem augenblick aussieht auch damit erfolgreich ist da fragt man sich natürlich warum hat er sie geschlagen hat dass sie irgendwie sonst misshandelt nein war er je zornig und schmiss schon mal gegenstände durch die gegend ja schmisse diese gegenstände ihr nach oder den kindern nach ja hat dass sie jemals wirklich physisch misshandelt nein eigentlich klingt das ganz so als hätten sie sich einfach auseinander gelebt und die kinder die kinder die waren schlichtweg faul die haben im haushalt nicht geholfen dafür haben sie jede menge unordnung verursacht schon hat einfach nur genervt wir wissen ja er war autist hatte wahrscheinlich bestimmte verhaltensweisen drauf und er hat sie einfach nie in ruhe gelassen und war einfach furchtbar lästig sarah hingegen die hat studiert an der universität in der in der nachbarstadt in missouri auch und ist jetzt fertig die hat geschichte und französisch studiert und ist jetzt wieder zu hause eingezogen sie hat keinen job ich weiß nicht findet sie keinen oder vielleicht hat sie auch keine lust drauf das wissen wir nicht ganz genau jedenfalls ist es ja in amerika so dass man für so ein studium für die zeit einen kredit kriegt und der ist massiv und den muss man eben nachher sobald man fertig ist zurückzahlen ohne job konnte sarah den natürlich nicht zurückzahlen sie hat also keine anstalten gemacht und jane hat einfach befürchtet dass diese finanzielle last auch auf ihr hängen bleiben könnte und so wie schon hat auch sie nur mist gemacht und nichts aufgeräumt und ihr kann sie kein bisschen unterstützt oder ihr geholfen sie ist kein killer sagt diane dann in diesem verhör sie ist nur dumm sagt sie und sie bereut was sie getan hat sagt sie spät aber doch sieht sie ein ich habe meine ganze familie ruiniert entgegen jeder prognose erholt sich sarah allerdings wieder von diesem anschlag sie überlebt sie trägt jedoch diverse neurologische schäden davon und vermutlich wird sie den rest ihres lebens in einer einrichtung für so eine art betreutes wohnen wohnen leben müssen sie ist allerdings geistig fit sie musste neu lernen wie man geht wie man spricht das hat sie aber ziemlich gut absolviert aber es gibt wohl andere probleme die ihr das leben weiterhin schwer machen werden fall abgeschlossen weit gefehlt eigentlich ist die geschichte hier schon schlimm genug und gerade für sarah finde ich die ja natürlich erfahrt erfahren muss dass ihre eigene mutter versucht hat sie umzubringen unvorstellbar oder also wenn du jemals irgendwelche ungereimtheiten schwierigkeiten und streit mit deiner mutter hatte denke an diese mutter und du wirst deine eigene wieder zu schätzen wissen aber es kommt noch dicker denn nach der jens geständnis durchsucht die polizei das haus der staudis und dabei findet sie ein tagebuch es ist nicht das tagebuch von diane sondern es gehört rachel erinnert ihr euch noch es gab noch eine tochter die 22 jahre alt ist also es gibt noch zwei brenner die elf ist und rachel 22 und das ist ihr tagebuch und was da drin steht das belastet sie schwer denn offenbar hat auch rachel nicht nur von den plänen ihrer mutter gewusst sondern sie hat sie dabei noch tatkräftig unterstützt wird auch rachel zum verhör geladen und sie gibt sich erst mal unwissend sie gibt sich geschockt und total verzweifelt und ja das ist eigentlich eine reaktion wie man sie erwarten könnte aber die polizei weiß natürlich mehr und sie konfrontiert sie mit dem tagebucheintrag dieser tagebucheintrag ist übrigens vom juni 2011 also fast ein jahr bevor der erste mord geschehen ist also bevor mark vergiftet wurde ich habe euch den übersetzt und lese ihn euch einmal vor ihr könnt ihn auch da oben in dem kästchen sehen aus rachel's tagebuch 13 juni 2011 es war traurig als ich herausfand dass mein vater in den nächsten zwei monaten sterben wird schon mein bruder wird kurz darauf folgen es wird hart werden sich an die veränderungen zu gewöhnen aber das wird schon rachel ist sozusagen das lieblingskind von diane sie ist diejenige die am allerwenigsten probleme macht sie ist diejenige die sehr talentiert ist die sehr intelligent ist sie ist diejenige die auch künstlerisch richtig begabt ist und sie hat einfach ein richtig gutes verhältnis zu ihrer mutter ja trotzdem erklärt das ja jetzt natürlich nicht wirklich wie sie das so einfach aufgenommen hat wir wissen auch nicht ganz genau wie sie das herausgefunden hat und wie das genau zustande gekommen ist es gibt ja nur das was sie dazu sagt und mit diesem eintrag konfrontiert sagt rachel sie hat einfach zu der zeit ganz viel ganz schlecht geträumt und dann hat sie eben auch geträumt dass die beiden sterben und als ihre mutter davon von diesen träumen erzählt hat dann sagte diese dass sie darüber nachdenken würde denen weh zu tun und danach haben sie einfach zusammen die pläne geschmiedet sie haben gemeinsam im internet gesucht nach den besten methoden wie sie das bewerkstelligen könnten und diane hat sich dann eben für das gift entschieden dass sie ungemerkt in diese süßen getränke gemischt hat letztendlich hätte rachel die morde also nicht nur verhindern können sondern ganz klar sie hat aktiv mitgemacht und ihre mutter darin unterstützt die beiden werden natürlich vor gericht gestellt diane bekennt sich schuldig und umgeht damit die todesstrafe sie wird zu lebenslanger haft verurteilt und hat keine chance jemals auf bewährung freizukommen rachel geht auf einen deal ein aus sie bekennt sich schuldig sagt gegen ihre mutter aus und auch sie erhält lebenslang allerdings hat sie eine chance auf bewährung nach zweiundvierzig einhalb jahren ja dramatische geschichte wie immer habe ich noch ein paar fakten zum hinterher werfen zum einen der anonyme tipp wer hat den gegeben das war der pastor von der gemeinde in der diane ehrenamtlich aushalf und in der sie die orgel spielte fakt nummer zwei warum eigentlich riefen diane und rachel einen krankenwagen für sarah haben sie sich anders überlegt haben sie doch gewissensbisse bekommen reue mitleid was war der grund nichts von all dem rachel wollte einfach nicht dass noch mal jemand im haus stirbt denn das versorgt die atmosphäre im haus und sie bekommt dann albträume davon und das wollte sie einfach nicht noch mal durchmachen dass sarah überleben könnte damit haben sie wohl nicht gerechnet tja das war auch schon die heutige geschichte mal irgendwie ein ganz anderer auf seine eigene weise sehr skurriler fall finde ich eine mutter die ihre halbe familie ausrottet und dann noch aus so gründen wie die sind ihr auf die nerven gegangen wir können übrigens davon ausgehen dass die jüngste dochter bryana die elf jahre alt war die hatte auch schwierigkeiten in der schule die die hatte eine lernschwäche es gibt jetzt nicht viele berichte darüber aber ich könnte mir vorstellen dass ihr eventuell auch noch etwas passieren hätte können die einzige die anscheinend safe war in dieser familie war rachel die gründe sind unfassbar oder was meint ihr denkt ihr dass man deswegen tatsächlich jemanden umbringen kann also wir sehen schon diane war sehr gestresst die ganze finanzielle last lag anscheinend auf ihr der vater hat sich wahrscheinlich auch nicht wirklich um die kinder gekümmert aber reicht das alleine aus es hätte bestimmt andere lösungen gegeben man hätte schon das autistische kind wobei der war ja kein kind mehr mit 26 wenn er nicht eigenständig leben konnte dann hätte man bestimmt einen betreuungsplatz für ihn finden können wobei das hätte wahrscheinlich wieder richtig geld gekostet ja trotzdem es gibt einfach keine entschuldigung für für diese diese gründe das sind ja nicht mal mehr niedrige beweggründe sondern das ist ja einfach nur mehr bullshit oder was meint ihr dazu sagt mir in den kommentaren ansonsten wenn euch das video gefallen hat gerne einen daumen nach oben da lassen den kanal abonnieren könnt ihr wenn ihr weitere videos dieser art sehen wollt dann sehen wir uns beim nächsten mal vielleicht wieder wenn es heißt true crime time bis dann 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 bis dann